So, wir sind am letzten Punkt, hoffentlich. Okay. Ob wir sind hier jetzt nicht doch wieder irgendwelche komischen Bieste oder sonstiges. Egal, keine Lust ist mehr da draus. Oh, ich hab ja gesagt, ich habe welche komischen Bieste hier. Ja, tolle Wurst, ja. Jetzt kommt nochmal alles so, weißt du? Guck mal, die Harpune raus. Unter Wasser kann man sich auch so schlecht heilen, ne? Heilen, nicht heilen. Hab ich teilen gesagt? Au! Lass mich hoch! Lass mich hoch! Lass mich hoch! Lass mich hoch! Muss ich da runter? Boah, ich hab kaum Leis! Oh Gott! Aber jetzt kommt noch mal so alles zum Vorschein hier! Ach du Scheiße, Leute! Ah, ich dreh auch schon wieder durch! Happy Birthday! Warum sind hier so viele Leichen? Warum? Ich geh mal hier durch, ne? Ich mein, was hab ich zu verlieren? Du brauchst noch mein Leben! Hey, ich bin auf dem Schiff! Warte mal, ist das nicht das Schiff, mit dem wir hier hingekommen sind? Ich kann mich heilen! Nein, anscheinend nicht! Aber ich kann's verbrauchen, cool! Gedankenspieler! 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 Ähm, Gedankenspieler machen! Warte! Ähm, Orkman ist wegen isoliert? Nein! 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 Okay, nein, das passt nicht! Das machen wir weg! Wirklich, aber dann nimmt die Tochter im Verborgenen mit Hilfe zum Einfluss auf die Außenwelt! Gott gleiche Kreatur! Oh! Okay, cool! War das jetzt richtig? Oh, warte, ich laufe das ganze Spiel, glaube ich, nochmal durch! Okay, wir sind im Hotel! Ach, du Scheiße! Ein Jammer, dass sie hier sterben werden, Reed! In dieser Stadt gibt es weitaus schlimmere Leute als sie! Viele Leute wollen Oakmont verlassen, junger Mann! Aber nur wenige haben es je geschafft! Ich wünschte, all das hier wäre nicht real! Ich würde gerne in meinem Bett in Boston aufwachen! Ich auch! Was anständiges Essen, einen guten Kaffee trinken und all das hier vergessen! Ich will ehrlich zu ihnen sein! Sie sind hier nicht willkommen! Wenn sie sich nicht an die Regeln halten, werde ich sie wie... Bitte! Bitte beenden sie uns! Ich kann nicht! Ich... Zeig keine Gnade, Jungs! Er wollte es nicht anders! Nichts ist widerwärtiger als die Sinnlosigkeit des Seins und miterleben zu müssen, wie sich die Dinge unentwegt wiederholen. Dabei liegt es in ihrer Macht, eine Veränderung herbeizuführen, Mr. Reed. Bitte beeilen Sie sich, Reed! Wir können diese Stadt noch retten! Sie können dem Leid kein Ende setzen! Der Zyklus wird immer wieder von Vater! Vergib mir, Vater! Denn ich habe gesündigt! Wir sind dazu verdammt, in dieser Burg zu verrotten! Es gibt einen Zyklus! Das alles ist auch früher schon geschehen! Heiß an! Aber sie darf nicht! Sonst endet alles! Hilfe! Das Schicksal zaudert nicht, Charles! Entscheiden Sie sich jetzt! Für die Erlösung oder für den Tod! Ich entscheide mich für die Vernichtung! Für das endgültige Ende des Zyklus! Alles wird zugrunde gehen! Ich nehme mein Schicksal an! Im Gegensatz zu den Feiglingen, die vor mir hier waren! Tochter im Verborgenen! Ich komme! Was ist hier? Ich habe eine Wahl getroffen! Ich werde mich opfern! Wie jede Sache! Der Zyklus soll von vorn beginnen! Okay, ich bin jetzt hier am Scheideweg, ne? Wo? Was mache ich? Der Zyklus oder alles vernichten? Hm! Ich entscheide mich für die Vernichtung! Für das endgültige Ende des Zyklus! Alles wird zugrunde gehen! Ich nehme mein Schicksal an! Im Gegensatz zu den Feiglingen, die vor mir hier waren! Ich nehme mein Schicksal an! Ich komme! Ich nehme meine Schicksal an! Oh mein Gott! Ich nehme meine Schicksal an! 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 Wir haben die Welt zerstört. Ja. Wir haben die Welt zerstört. Und jetzt geht die letzte Folge nur acht Minuten. Oh mein Gott. Oh. Oh. Kommt der noch? Anscheinend nicht. Okay. Ja. Nein, oder? Kommt der noch irgendwas? Nein. Gut. Ja, es war auf jeden Fall ein... Ich meine, ich könnte jetzt noch mal eben einen Moment... Jetzt muss ich mal kurz auf meine Zeit gucken. Wir könnten das andere Ende auch noch mal eben machen. Was hält der davon? Komm, wir machen das andere Ende auch noch dazu. Wir akzeptieren unser Ende nicht. Doch, doch, wir akzeptieren es. Aber... Wir wollen halt einfach das andere Ende aufnehmen. Wir sterben werden, Reed. Viele Leute wollen Oakmund verlassen. Aber nur wenige. Ich wünschte... Allein. Ich wünsche mir... Ich wünsche mir... Ich wünsche mir... ... die Leute zu mir, die Leute zu mir... Ich wünsche mir. Ich wünsche mir... Ich wünsche mir... ... die Leute zu mir. Nichts ist widerwärtiger als die Sinnlosigkeit des Seins und miterleben zu müssen, wie sich die Dinge unentwickelt wiederholen. Dabei liegt es in ihrer Macht, eine Veränderung herbeizuführen. Wir machen ja irgendwas für die Gedankenspiele. Ob wir zur Tochter am stärksten, was ich dort erwarte, wäre so schlimm als der Tod. Oh, ich habe nicht vergessen. Ich hoffe, es war mächtig. Bitte beeilen Sie sich, Reed. Wir können dem Leid kein Ende setzen. Ich hoffe, wir können jetzt noch ein anderes Ende machen. Wir sind dann zu verdammt in dieser Burg zu... Es gibt einen Zyklus. Das alles ist auch früher schon geschehen. Frei sein, aber sie darf nicht. Sonst endet alles. Das Schicksal zaubert nicht, Charles. Entscheiden Sie sich jetzt. Für die Erlösung oder für den Tod. Ich habe eine Wahl getroffen. Ich werde mich opfern. Der Zyklus soll von vorn beginnen. Ich habe eine Wahl getroffen. Der Zyklus soll von vorn beginnen. Okay. Wir können es noch ändern. Okay, perfekt. Dann... Das war der ganze Spaß mal hier drauf. Ich frage mich, was da hinten ist. Ach, hier ist ja auch noch was. Ja, guck mal, Leute. Okay, ähm... Wir haben anscheinend drei mögliche Enden. Dann werden wir die drei halt auch machen. Ich frage mich, was da hinten ist. Oh nein. Es wiederholt sich alles. Okay, cool. Ja, aber das ist ja nicht... Oh mein Gott. Okay, wir haben noch ein mögliches Ende. Wir werden es machen. Wir werden es machen. Laden. Ich glaube, wenn wir... Das hier machen, sollte es reichen, oder? Guck mal mal. Ja. 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 Okay. Okay. Wir wissen ja, wo lang es geht. Okay. Wir wissen ja, wo lang es geht. Und... Wir wissen ja nicht. gestorben ich würde gerne in meinem bett in boston aufwachen was anständiges essen einen guten kaffee ich will ehrlich zu ihnen sagen sie sind hier nicht willkommen wenn sie sich nicht an die regeln auf dem ende wo wir überleben zeigt keine gnade jungs der folge ist nicht anders nichts ist widerwärtiger als die sinnlosigkeit des seins und miterleben zu müssen wie sich die dinge unendlich wiederholen dabei liegt es in ihrer macht eine veränderung herbeizuführen bitte beeilen sie sich ried wir können sie können dem leid kein ende setzen der zyklus wird immer wieder vergib mir vater wenn ich habe geschehen wir sind dazu verdammt in dieser burg zu es gibt einen zyklus das alles ist auch früher schon geschehen sie will frei sein aber sie darf nicht sonst endet alles das schicksal zaubert nicht schatz entscheiden sie sich jetzt für die erlösung oder für den tod ja genug ist genug ich werde diese verfluchte stadt und ihren bricht werde keine wahl treffen der zyklus kann mir gestohlen bleiben und ich werde alle aus oakmont herausholen irgendwie ok ok es gibt noch diese möglichkeit keine wahl treffe genug ist genug ich werde diese verfluchte stadt und ihren wahnsinn hinter mir lassen wir haben alle drei möglichkeiten es muss ja im endeffekt auch ein gutes ende geben oder wir müssen ja auch fünf jahre später die es gibt kein gutes ende mann ok gut wir haben alle enden gesehen Überlasse die Stadt und die Welt, das Schicksal, okay, gut, wir haben das Spiel jetzt dreimal durchgedreht und somit konnte man das zumindest schon mal ein bisschen länger ziehen, die Folge. Gut, als nächstes kann ich schon sagen, es wird als nächstes Let's Play Heavy Rain kommen, wurde sich gewünscht. Und ich gehe doch auch Wünsche gerne ein. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Let's Play und aktuell läuft ja auch noch One Piece, glaube ich. Ja, sollte noch laufen. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten LP, ne? Hau da rein. Hat Spaß gemacht. Die meiste Zeit zumindest. Aber, ja, ich brauch's jetzt nicht nochmal. Es war ein gutes Spiel, aber es ist halt einfach nicht meins. Was ich allerdings gut finde, dieses Spiel hat eigentlich praktisch an die Hand genommen, ne? Man muss ja halt selber seinen Weg finden. Das gibt's viel zu selten in Spielen. Das ist wieder, was ich ganz oben ansetze. Also das ist wirklich sehr gut. Gut, dann sag ich, ciao, ciao, danke fürs Zuschauen. Und ja, lasst mal ein Abo da. Ich hab mal meine Statistik geguckt. 61% der Zuschauer sind keine Abonnenten. Was ist denn los hier? Gut, dann, ciao, ciao und auf Wiedersehen und Schüsseldorf und bleibt anständig. Ciao. Ciao. Ciao.